...mitten sitzen zu bleiben, damit unsere Rundestähler hier die Bahn voll einsehen können. Ja, und da passiert schon der erste Ausfall. Das ist die Hektik, das ist die Hektik, wo er sehr besser ist. Nein, das ist der Bindi. Ja, das ist der Bindi. Bär, ja, Johannes Bär mit der 78, der hier in Schwierigkeiten gereiht. Ja, aber das läuft jetzt mal runter. Auf, bin nach links. Der ist sofort nach vorne gegangen, aber direkt hinter ihm. Der ist auch da, hinter ihm. Rüch, einen Platz. Jetzt zwei Plätze zurück. Rüch, 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 rüch. Hab ich mir jetzt erst, hab ich mir jetzt erst nicht unterwegs gesehen. Ich hab jetzt noch ein bisschen in Italien. All Kn�in. Der Lengel ist auf vorne mit Niederschnitte aufs Platz. Zweifel Marc. Wohl spotswirl. Wohl mama. Hüther Lin nah cyber 19 setting, Alfred Sudesky. Brag ME japan. ... vorgefahren Auto 80 mit der Startnummer 180. Peter Starr mit der Startnummer 230. Drückt einen in sechster Position. Passen Sie vor Kiebeln noch etwas nach Mitte zurück. ... etwas eingeschlossen und eingekesselt. Der kann sich kaum freimachen. Ja, was macht denn das? Was macht denn das? Was machen wir da jetzt? Ja, dicht liegen Sie dort in der G-Grade. Keine Positionsveränderungen. ... Veränderungen. Herr Biederstarr kämpft jetzt um die ... ... mit dem Kasten. ... aber jetzt verhandelt man. ... versuchst jetzt auswählen. Die 119 versuchst hier auswählen. ... anscheinend um die Einschlüsse auf einzubömmen. ... und 1.0 Stutt fährt den ehemaligen ... ... und 1.0 Stutt. Da oben ist zurzeit die erste Position hier. Während der Schuss hier ist ... ... ganz drückt der Nokram." Und dann liegt die neue Weile-Lände. Der Oberrohrhof Evgenies von Katzinsky Lauf oder Osten. Oh, der Ende Krasinski-Weitsein, Blutemplatz, Polone, aus 1980, der Ende 1980 wollte gerade in Karriere hineinfahren, als Krasinski erst wieder zurück. Also jetzt, oh, 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 oh. Ja, er steht, er steht, er steht, er wird vervieren. Was ist mittlerweile eine Stattung von 1930? Weil er sagte damit, auf dem 7. Platz sind diese Fälle zu ziehen. Peter Krasinski, eine Stattung von 130, Peter Stau, Platz 8. Aber in der Spitze nichts Neues, auch jetzt der Grimwurz von Ausbildatik, der versucht, aus dem Bereich zu gehen, kann aber jetzt noch nicht so mitfahren. Ich bin der in der Spitze nichts Neues. Er ist vorgefahren auf den sechsten Platz und halb der Sommelsen mit der Nr. 94 an. Der Vordreiber hat sich jetzt auf den 80 auf den Weg nach vorne gemacht. Er liegt jetzt neben Drüber mit der 71 in dem Kasinski-Ausblick auf den 80-81. Ja, so kommen Sie hier in die Stasi gerade. Da ist sogar ganz laut um die Spitze, die sich da anspielen. Sollen wir immer noch in vorne? An diesen beiden hier vorbeizukommen. Die Spitze aus den 80-80m-monen Oblag zu sugen haben. Sollen wir immer noch in der 70 Massen nutzen? Sollen wir nicht jetzt wie gesagt? Wir sind hier in der 80-80m-Busher. Sollen wir hier in der 80-80m-Busher? Sollen wir jetzt nicht wirklich trees. Sollen wir uns hier in der 90-80m-Busher? Jawoll, das ist der Sieb für Strömer mit der Einrichtung vor Kaczynski. Untertitelung des ZDF, 2020